einen wunderschönen guten hallo und willkommen zurück zu einer weiteren episode minecraft tagone hat sich schon verabschiedet aber der dosh ist noch hier hallo und wir haben jetzt mal so gedacht wir gehen jetzt mal in den wo gehen wir hin ins meser biome genau und smite ich habe hier looting 2 und schärfe 3 ich habe ich habe hier oben noch ein bisschen was ja gut ich probiere das ist ja böse was denn enchanted book with mending und curse of disappear ja das ist ein richtiger aufgewinn das sind acht level das sind noch mal neun level ich habe hier habe ich auch noch gut in drei und bei der fahrt für potz soll ich mir das aufpacken kann es gerne machen ja das ist ein schwert habe ich jetzt mein ding drauf ich glaube nicht ja gut das sind eure verzauberten bücher ne fortune hier ja macht doch macht doch die die bücher kriegen wir wieder gut gut jetzt bräuchte ich bloß noch zwei füllt nummern smart hier buch ich bin gerade mal selbst am gucken hier habe ich schon eins war cool danke mal gucken ob ich das noch draufkrieg oder nicht wo ist der armlos hier oben ja geht bestimmt gleich kaputt dann geht er spätestens bei mir kaputt nee andersrum 836 level kostet das sind cool ja gut ja gut ich hatte mich aber auch erschrocken gehabt als ich jetzt bei mir den berg abgebaut hatte und auf einmal meine die erhaltbarkeit drei effizient 4 an der unterbriert hatte irgendwann hat die einfach 40 löffel gekostet ja klar das ist ja immer so deswegen überall 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 mending drauf packen so was sagt er nur die kreire die kreire die kreire genauer herr du bist ein der soll ich mal zerbetten mitnehmen oder 1 reicht also dabei war ja ich bin diesen luxus gewohnt ja 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 weiß ich das verstehe ich auch nicht bei euch ihr habt command blöcke für teleportation aber jetzt sind für sowas den blößen er will ich mitbekommen habe klappt das nicht richtig bei uns funktioniert das anwandfrei er wurde noch dazu sagen unser server ist halt momentan ein bisschen stark ausgelassen wegen den ganzen separationskacke weil wir wollen jetzt mal dass er die netherportalen laufen kriegen dass wir das weg machen können was was müsste da zum laufen bekommen ganz einfach die anderen brechen wir müssen das mal geschissen bekommen so ich glaube ich glaube dass wir da hinten ich bin mir aber nicht sicher cool fahrer bürttchen also boot ja klar kommt durch die erfahrene baum fällen nö ich glaube wir haben sogar noch boote da ok warte ich gehe mal schnell kurz in den keller gucken ne haben wir jetzt nicht aber ich mache schon mal zwei mal genug als haben wir ja so zack dass da rein und dann ich muss echt immer gucken wo das sumpfbiom war warte mal ich habe da so ein schlaues buch ne das ist das nicht geil was ist das schaden das ok ähm meser dschungel ice bikes ja toll das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben märz voll hoch als sicht habe ich noch irgendein zettel rumfliegen ich weiß es nicht ne ansonsten gehe ich gerade auf dein kanal da hat es eine erfolge gehabt oder wieder was ja ja klar das siehst du das könnte ich immer sie auch machen ja komm wir machen einen kurzen break und schauen da mal nach und da sind wir auch wieder und durch hat herausgefunden wo wir lange laufen sind das war schon die richtige richtung so ich habe hier wahrscheinlich was halt weil ich kann eben so ein bisschen verwirrt hatte war einfach nur ihr seid da drüben losgelaufen und wir jetzt hier ja ja genau genau so zack wo los geht's aber ich glaube so viel müssen wir uns schippern ja gut sangenehmer und kostet keine nahrung ja das stimmt kennen wir ich weiß gar nicht mehr komplett hin fahren können weil es letztes mal über das land also hingehüpft ja ich glaube nicht mehr ich glaube nicht wo das erinnert mich jetzt gerade richtig an meine klassenfahrt nach frankreich damals da sind wir auch kanu gefahren kanu das war in dem sinne lustig weil wir gut stück reingefahren sind und irgendwann hieß ja leute wir haben die zeit vergessen er besetzt gleich ein wann ja in zehn minuten wir sollen in zehn minuten die die fahrt machen die wir in einer stück gemacht haben ja das ist das ist das ist ein helden nicht so du bist du sicher dass wir hier lang gelaufen sind ja da ist hin zum schon echt ja und du bist hier dass du schon mal hier warst schön ins wasser gesprungen ja sicher noch ein zeitverstands auch ja 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 klar wobei bei dem wetter ist es wirklich nichts nichts neues ja das hat echt so ich bin auch momentan am ölen wien ich habe schon zweimal geduscht ohne witz ja ich bin noch nicht gleich mal duschen gehen soll so wir suchen jetzt alles was aussieht genau ja also keine küpfer ja du ich habe hier schon mal ein creeper das ist schon mal sehr gut ja bist du nicht so gebrauchen alter ich hab was ich bin gewonnen hätte ja du hast atropos drauf wie das ja ja auch immer hier ins klein ja toll ist und nichts getroppt obwohl ich tut ihm drei drauf habe ja ganz toll naja ja hast du eine schöne alexander so weit zu erzählen nachts ist nicht keine ahnung hier habe ich nicht habe ich absolut nicht wieso immer noch slimes ne ich sehe welche ja wo ähm quasi einmal über den dicken teil vom sumpf rüber über den dicken teil also du ja mit deinen dicken teilen also quasi einmal über die große wasserfläche rüber ähm ja wir lassen das immer ich merke schon richtung oakwood oder nicht äh quasi schon birchwood richtung birchwood also quasi einmal weiter geradeaus ich habe schon wieder ins creeper gefunden und ich habe keinen bogen dabei also ich habe es schon mal zwölf das ist schon mal gut ja und hier sind noch ein paar und vor allem auch große also ich bin jetzt hier bei den birken und da sind viele schweine ich sehe bloß nicht das schwein durch tschuldigung habe ich das auch gesagt wo bist du ein zombie pass auf wir machen das so ich bin bei 60 770 60 ja okay ich bin bei irgendwas bei 120 kein wunder dass ich dich nicht da habe ich eine spinne gesehen ja das war ich nie eine spinne kein spiel mehr ja wie gesagt weil sie dahinter und bleiben aber direkt neben dem skelett auch ist auch nur so ganz kleiner slime also wieder so schon bekommen ja okay ich habe 25 ich habe vier wo kann sagen einen näher ich habe vier es regnet komisch die blühe ich gerade die was die blöcke ich gerade okay ich treffe hier alles aber kein slime solche aufhörer noch mehr zukommen lassen oder ja bitte ich weiß auch an wo du bist du warst bei 60 ne ich bin es bei 50 500 9 595 ja 60 770 war ungefähr hier noch ein kleiner slime noch einer direkt neben einem das skelettelten das doof so wie sieht es bei dir aus moment kann man das glückte von 9 Prozent 14 und 64 ein jahr ich habe ein paar große gefunden zwei nebeneinander cool die Fakten zu den Aufnahmen wie damals hier sind wir nun er hat er bleibt wird ja so dass hier hast du das ja ich kuhl nun bin ich jetzt schon wieder ich bin es beruf du hast gesagt 700 bis zu nerven jetzt bin ich bei 0 770 das kann sie bei x0 770 x0 okay 770 total weit weg ja cool 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 hast du irgendwie so eine anekdote die du vielleicht erzählen kannst was kann man so erzählen eine geschichte hätte ich weiß dass ich immer noch auf ausführungssuche bin ne ja 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 und ich bin momentan immer noch so schnell bewerben und sowas hatte dann letztens schön mich bei einer firma beworben ich sag jetzt mal konnte ich den namen ausgründen so hieß dann erst mal so ja wir würden sie gerne zum einstiegs test einladen ach so ja 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 erzieht ruhig weiter einstiegs test erledigt 100 prozent ja wir würden sie gerne zum vorstellungsgespräch einladen auch gemacht ja wir würden sie gerne zum probeweiten einladen das war das ende von miet ja wir stellen dieses jahr keine ausgebildenden ein mhm das ist ganz toll ja das braucht kein mensch naja eine geschichte hätte ich auch noch ähm Freundin von mir meinte ja komm willst du nicht mal schauen ob du vielleicht noch was anderes machst außer fachend somatik pass auf du kannst ja mal bei mir mitkommen auf die arbeit kannst ja mal den tag anschauen die ist halt so ähm im sozialen bereich was tätig weil ich auch generell so ein mensch bin der gut mit menschen umgehen kann mhm ja 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 ich wusste dass genau das jetzt kommt ja klar mir auf jeden fall hat die mich mal mit so mitgenommen ja die ist halt so in der in der stadt köln halt für so ein paar behinderte oder generell menschen die probleme haben zuständig ja soll schon einfach mal den tag mitkommen und die waren da so bei einem klienten der einfach ein paar probleme hatte ordnung zu halten aber wahnsinnige probleme mhm okay da ist immer so zwei stunden vorbeigekommen ja macht uns oder was genau also gesagt was aufgeräumt werden muss und so weiter und ja da waren halt so kannst du sagen messy räume noch wo noch ähm aufgeräumt werden musste dann waren die komm dir also bitte an der kannst du bitte mal helfen da den äh schrank beiseite zu schieben ja wir also die freunde und ich da beiseite geschoben so und du räumst jetzt auf einmal dahinter auf auf einmal schnappt er sich eine tüte packt sich da etwas und guckt uns so an so vom thema her ich hab da nix die fragt ja nur so was hast du da genommen gar nichts was hast du genommen ich hab nichts was ist in der tüte nichts du sagst mal sofort was in der tüte ist und er dann so ganz verlegen ähm ein hundehaufen nein ich guck ich guck den dann so an ähm ich hab immer gar keinen hund gesehen ja ich hatte meinen hund die guckt den an wann hattest du einen hund vor drei jahren ach du scheiße mhm oh ein zombie-villager guck mal hier das geschichte so sag mal wo hüpfst du jetzt rum ich bin jetzt schon überall hier durch ich hab dich auch keinen mädler gesehen also ich bin bei x 10 z 770 ich bleib mir jetzt mal grad hier stehen ja das wäre super alter die Folge die werde ich irgendwie so benennen auf der Suche nach DOSCH so und wir kommen ja wieder zurück weiß auch keiner ne das ist eine gute Frage was x 10 x ist 10 und z 770 ok ok also lesen kann ich noch das weiß ich echt aber auch nur so gerade ne ja wenn ich die Brille auf habe auf jeden Fall alter da bin ich eben hergekommen von der Insel da drüben ich glaube ich seh dich ja hallo boah alter leg dich mal hin schlafen damit der Regen aufhört gut gut ich mach mal ein bisschen weil ich glaube genug slime bella hasse ja ne wie viel hast du ich hab immer noch neun wie viele wolltest du mehr ja so cool dann kommst du zu mich oder ich komm zu dich da gebe ich dir das hier das hier das hier und das hier ja gut 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 ja richtig gut richtig gut doch ja doch hm ja danke 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 warum habe ich eigentlich ach alter weißt du ich habe einen Boden in der Hand und schwimmen dann über den Teich ich bin so ein Held wo muss man überhaupt hin ich habe mich schon wieder die Orientierung verloren wir müssen in diese Richtung wo wir gerade lang fahren ja sehr gut weil es ja nicht hatte ich jetzt die Orientierung voller Kartoffel ja anscheinend nicht wie gesagt ne als Gott die Orientierung verteilt habe ich mich verlaufen mhm das war so genial bei dem ähm als er das Abitur gemacht hatte ja ok ja wolltest du was sagen nö ob du sicher bist dass wir in die richtige Richtung laufen dann ist gut ja auf jeden Fall ähm als er das Abitur gemacht hatte Klassenkamerad von mir der hatte so ne verkorkste Orientierung komisch ne du musst dir vorstellen wir hatten so ne kleine Mensa sind nach die Tür gegangen und direkt links war halt ne Treppe nach oben so Pause war vorbei ich geh mit einem anderen Freund schon mal los und ich sag nur so auf der Treppe wollen wir jetzt mal testen wie wie schlimm dem sein Orientierungssinn ist inwiefern naja wir warten jetzt mal grad hier gehen jetzt mit dem losdrehen uns einmal kurz im Kreis und schauen wo der hingeht Alter seid ihr gemein ohne Spaß der ist ich weiß nicht wo der eine gelandet sind wir hatten Chemie Corona ne der Physik und der ist in die Sporthalle gegangen cool da war halt eine ach ja das war eine schöne Zeit das glaube ich ja bäm bäm wo bist'n? äh hinter dir echt? ich kann mich nicht umdrehen dreh ich mal um ach guck mal da ein Dorsch hallo guck schau an ja Sachen gibts ne? ja und was wir mit den Slime-Bällen machen das werden wir dann in der nächsten Folge sehen weil die Folge hat es auch schon wieder rum ja weil man jetzt geschissen trägt ne? ja okay aber in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und äh wir würden dann sagen gehabt euch wohl haut rein und wir sehen uns dann zum nächsten Mal tschüssi tschüss ey danke hau mich einfach ich hab das nicht dich gehauen ich hab das Boot gehauen ja du hast Sweeping Edge du vollhorst ja und? das ist doch nicht mein Problem wenn du im Weg stehst ach